Moin und Herzlich Willkommen in einer neuen Folge von Notrufarmburg. Heute mit Josch. Hiiii. Und mit Fabio. Guten Tag. Krimineller in Notrufarmburg. Wir jagen die Polizisten, machen ein paar Down. Und ich würde sagen, let's go. Auf geht's, Jungs. Fabio, ich fahr wieder mit dir. Ja, ja, das, äh, das you will machen, das wir machen. Ja. Hat jemand Bomben für Bank? Ja, ja. Ja, ich hab's noch von wohin. Ja, okay, warte, warte kurz, ich will jetzt. Ja, kommt der von da? Ja, ja. Äh, zuerst die Bank. Wir haben eh schon 5 Sterne, wir sind eh, wir sind safe eh schon die meistgesuchten. Ja, ja. Oh, das ist ein Automaten. Ja, Bro, scheiß doch jetzt mal auf diesen Automaten, na? Alter. Wohin gehen, was erstes? Juppe, hab ich doch gesagt, oder haben wir dir gesagt? Ja, hast du, und nachfang. Auf geht's. Vor, wieso bist du jetzt ausgesprungen? Man fährt hier an der Wand, das weißt du schon. Ja. Ja, ich wollte nicht geblitzt werden. Ach so. Mit 200 kmh. Einfach alle Kops, die im Weg kommen, knallen wir um. Ja. Das sind... Oder haben wir jetzt schon Bank? Ach so. Ne, gleich. Ja, gut. Die Kops sind jetzt keines. Ist auch richtig Kops. Rausdaubert ausgerufen. Ich bewache euch. Ach so ein Kopf, oder? Die 6 Kopf. Ja. Ey, da drüben hat's noch... Ey, ich werd' geschlagen, ich werd' geschlagen, ich werd' geschlagen. Und die, hol' ich dir. Die kann mir jetzt mal nicht. Ich bin fast tot. Tschüss, tschüss, tschüss. Aber ein, aber ein, aber ein, aber ein. Ich steh' da und dann schlägt sie mich auf einmal... Papi, guck, ey, Mann, guck doch, wie vorne ich bin. Ja, was macht die? Die chillt auf Kao. Nein, die schlägt mich behindert. Mach's nicht, mach's nicht. Du musst die mit, äh, Mann schlagen, weil sonst geht das nicht. Also bei einer Schießerei wär' ich jetzt nicht gut angestellt. Ich hab' den Diamanten bekommen. Nice. Ja, ich hab' richtig viel Schmuck. Schau, ich hab' schon mit A12. Hallo, warum kann ich das nicht kaputt schlagen? Ey, hör' mal auf, mich zu hauen. Bro, ich glaub' ich kaff' mir jetzt einfach gleich zu hauen. Ich hab' dich. Danke. Dann schreibt mir jemand 1k, bitte. Ich hab' den Kopf kaputt gehauen. Kann ich eins? Ja, hol' dir eins. Achtung, Achtung. Ja, ja, komm, komm. Zu zwei, zwei. Ah, das bist du. Beides auf, mein Down, beides auf. Ich hab' ganz schön, ganz schön. Beides auf, mein Down, okay. Bro, ich hätt' jetzt fast auf dich geschossen, Fabio, weil du so ausziehst wie so'n SEK, allein wegen Fabio. Gästebank. Ja, das kann, das kann, das kann, das kann, das kann. Nein, Juwel, äh, nicht Juwel. Ah, wieder schön. Das ist jetzt hier. Bro, ich hab' keine Ahnung, warte. Ich hab' einen, ich hab' zehn Juwel-Säcke. Ich hab' einen. Ich hab' einen. Warte, ich muss kurz verkaufen. Ja, dann lass' Bank. Äh, nach Bank, äh, zum Schmuckler. Ey, da kommt ein Kopf zu dir, glaub' ich. Ja. Ey, lass' den abknall, lass' den abknall, lass' den abknall. Oh, ne, 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 ne. Spar' mal Munition, spar' mal Munition, glaub' ich. Mach' wir, äh, Metallschläge, ne, ne. D' der jetzt Top-Stick-Sporn. Ey, fahr' mal kurz einfach rum, ich muss kurz auf's Knut, ey, ne, ne, ne. Ich warte bei der Bank. Warte, kurz, fahr' mir nicht Bank. Ich muss, äh, kurz, dass er nicht festgenommen wird. einfach bank bank mein auto ist kaputt so bin weggekommen mein auto ist kaputt ich bin ich bin neues i am back man ich bin neues auto mann es war ein schnellsten zwei sitzer ja okay wo haben wir den der audi s5 sich ernsthaft ja wir wissen lieber dem mai wachtig ich nehme ich nehme kaputt die kaputt zu nicht gut ja ich brauche der mai wacht neu jetzt auf geht's auf geht's 5 minuten vergangen ach leute wer spritzt hier doch du bist ich habe so ein spray spray ich dachte wir sollen bis die reinkommen da gibt es direkt keine faxen wie ihr müsst mir deckung geben kann einer die kamera kaputt ballern ach so dann geht es raus sonst wo wenn wir von getötet werden auch mit rein 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 was die türen ist auf die türen ist offen war kein kopf aufpassen ich bin auch mal was bisschen weil er macht man sich reingelt mit dem eke macht uns reichen kaputt er macht uns reichen kaputt die machen zu reichen kaputt er macht reichen kaputt ja 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 das ist ja abknallen lass doch nicht so was zulassen ja die machen wir kommen jetzt ist auch kaputt ja mein hauch was sind die für welche so ungeschützt 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 fackfack ich bin gleich da und alle da und es ist glaube ich habe ihn da und kreis wir sind zu gut man ich bin ich bin ich bin er hat man reich nicht kaputt gemacht wir sind zu gut trotzdem zu gut meine reise die deal ist vor damit ich sie zu viel kauf von göttmanns helfen kann die lade 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 ich habe den essi kardau gemacht ich habe diesen essi kauf von hp gemacht er steht da und ich kann mir dann auch noch habt auf den geballert ich fasse ich kann nicht mal schließen aufpassen trifft ich brauche hilfe 50 prozent discount so jungs ich habe ein auto wieder jetzt gehen wir zum schluck ab schnell einfach alle meine waffen noch gewiefert wohin ich gehe ich fahr zum schmuggler ich bin der bombe für banken du gehst rein und schaust ich bin ja okay ich geschah ich bekomme kugel im kopf ja wir gucken ja ich glaube nicht rot lassen lassen belassen ja ich bin ich im wasser aber zum ersten mal dass sie immer ein bankrobot gut durchgeführt haben alle abknallen was ist der kopf einfach alle ab ich komme und so ein bisschen action einfach abknallt tot und stehe ich habe mich immer so gut ob wir denken so ja easy das ist die dauerung nein und der politik und nicht und gut gehalten ja ich höre das gruppen er ist es von bombe ich höre schüsse ich sehe Er ist auch schneller, tot wie der Blitz. Scheiße, das ist ein SEK, das ist ein SEK, ich hab ein Headshot, ich hab ein Headshot bekommen. Ich hab ein Headshot bekommen. Ich will jetzt auch einzuschreiben. Ich fahr mal nach vorne. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da, 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 da. Mach Aufnahme an, jetzt kracht's, mach Aufnahme an. Ist an. Nein, ich wurde getasert. Ich wurde getasert. Bitte mach die Aufnahme an, weil jetzt ist es grad krass. Die Aufnahme ist an, die Aufnahme ist an. Ich bin so fast tot, ich bin so fast tot. Ey, der eine SEK-Dammte, das One-Shot. Schämst du dich gar nicht, oder? Ich hab ihn auch nicht getroffen. Ey, das ist mein Freund. Ich bin fast ein Jubel, komm mal. Ich bin noch ein Jubel. 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 Ich bin noch zwei Seiten, kam einer von hinten. Hä? Da, ja komm, Fabio, bitte. Du schaffst das. Kann sein. Ne, ich mach, ich mach, ich mach. Als ob. Wer ist denn? Sag mal, du festgenommen bist, ich kämpfe Polizei. Du warst Gefängnis. Ey, Snipers soll dich festnehmen. Weil der ist mein Freund, er lässt sich frei. Snipers? Ja. Dann sag, er soll den Mann wollen lassen. Er soll Joss lassen, frei lassen. Ich schreibe, das ist mein Freund, die gilt. Danke. Ja egal, gib nicht. Schreib ihm. Ach Bro, was ist denn hier los? Er fühlt sich jetzt vor Messika, wenn ich halt 1 HP hab. Er schreibt Hund? Warum Hund? Was für Hund? Ich schreib grad GG und er schreibt Hund. Was hab ich ihm jetzt hier getan? Ich spiel doch einfach nur das Spiel wieder. Okay. Ich mach einfach nur das, was ihr dann auch macht. Ich schreib nach unten. Dann hier was. Es kommt auch noch mal an. Ey, er soll, er soll. Er soll dich frei. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Ja, das ist sehr frei. Ihr seid alle. Hat er dich genommen? Ja. Stark. Sehr stark. Ey, ich schreib ihm, er soll dich frei lassen von Manuel. Aber der kennt mich. Wer das nicht macht, dann... Er muss sich eigentlich frei lassen. Rollercam hat mich frei. Guck mal ganz kurz, bitte mal den Bildschirmaufnahmen übertragen. Bitte. Bitte. Bitte schau's zurück an. Bitte. Sag, ich bin Manuel auch sein Kumpel. Bitte, er lässt sich frei. Aber bitte kurz Bildschirmaufnahmen. Was geht mir an? Sag, er ist so schnell kommt. Ja, er bringt mich. Er bringt mich. Er bringt mich in den Knast. Er soll nicht machen. Und? Warte, er ist gerade, er macht gerade nicht. Sag, er ist von Manuel. Er kennt mich. Es soll, er auf diese Liste gucken, dann sieht er mal eine Freund. Es ist gerade Aufnahme anhörig. Ja, ja, immer noch an, als gut. Okay. Was? Warte, ne, 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 ne. Ich glaube, er eingeknassert wird. Find. Ich habe... Ich übertreibe jetzt ein bisschen. 40k gestohlen... 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 Ey, er lässt mich da wirklich frei, wenn er, äh, in er ist. Fühl kurz weg, chill. Fühl kurz in den Knast auf. Weil die Aufnahme geht, geht gerade 16 Minuten. Hey, weiß was, ich schreibe gerade, ich habe geschrieben, ich habe 40k gestohlen. Und ich habe 5. Er hat gesagt, er fährt gerade, er sagt gerade so, okay, und er fährt gerade irgendwo hin. Also... Bitte frei. Er lässt mich frei, er lässt mich frei! 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 Ich fahr dem alle hinterher! Ich küsse eure Herzen an von Liga! Ich küsse dein Herzbruder! In welchem Auto sitzt du? Äh... Grauer RS4. Ja, okay. Ich sitz schwarzer. Ja, ich bin auch draußen. Wo seid ihr? Ähm... Ich fahr' auch. Ich fahr' auch dr. Ich fahr' sie frei! Ja, ich fahr' auch grad freigelassen! Ähm... Ich sag' mal 20 über 30. Prost, der lässt mich los, weil ich 40k... ähm... ich bin Autohändler wo Autohändler wohin fahren die und hat den Platz das ist der Autohändler ich bin Autohändler lässt mich jetzt frei jetzt bin ich frei ich bin frei i am free i am free hey sag grüße von Manuel ja ich schreibe ich ja pro digger so ein Hund und so ein Hund nein nein Fabio Fabio ich sag dich da ein hätte ich sag dich bro Kiki ich grüße einmal Kiki Oh ja jetzt lässt du mich frei jetzt lässt du mich frei ich verpüsse mich jetzt ich verpüsse mich jetzt so hart kann ich meine mit bmw cabrio erwerfung schneller der 400 bw cabrio das was gab es deutlich schneller kommen jetzt ich muss gleich dem einschreiben grüße von manuel sniper ich schreibe ich werde mir grad sein hat mir grad den arsch gerettet ach kann bock mehr leute ich würde sagen das war's für heute im video wenn es ich würde sagen das war ich nicht einmal festgenommen einfach zu nette leute im leben gibt es euch gefallen ja das geld und aber dafür würde mich schützen und es ist beim nächsten 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 video wenn es heißt ich bin der trufung bis dahin kakao kakao wollte ich auch tschüss sagen kakao 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 kakao